Nein, wo bin ich? Oh meine ganzen Einstellungen zu drücken, alter Scheiße! Oder bei mir war auch einer. Die Betonung geht doch wahr. Ist doch noch einer? Habe ich. Ja, vor mir, zwischen dem Bein von der Statue. Ich nehme den vor uns, Schetto, der wegläuft. Nimm mal raus. Wohin, ich bin hier E2. Ich bin hier E2, ich bin hier E2, ich bin hier E2. Ich bin hier E3. Ey, bei mir leckt das alter. Er hat mir den Arsch gerettet. Geh mich, du geh, geh, geh! Hey, dann gehören, Bruder. Ist das schon die Motone oder was? Ja, ich habe seinen Kollegen in die Zone getragen, Schöter. Kann einer den 50er mitnehmen? Ich nehme den einfach. Bandagen-Bazooka, Bruder, damit kannst du Leute heilen. Der haut mir meinen Schutz weg, Bruder, der haut mir meinen Schutz weg. Wo ist das? Hier, der stimmt, du brauchst mich die ganze Zeit zu, Bruder. Sind wir am Hof? Ich bin Schopfer, Bruder, ganz anders. Ach so, auch mal hin. Wir sind auch noch mal im Minis. Ja, lass uns das killen, Bruder. Wo ist das, Bruder? Karm, ich habe sie. Hä? Ah, geh dir, Schöter. Misch du, Schöter. Ach du Scheiße. Ey, ich kann schwimmen. Ach du Scheiße. Ja, mit was? Guck mal, mit einer Schwimmbeste. Ja, Mann. Ah, der andere kommt auch aus dem Boden. Na, f***. Na, f***. Hab ihn, Schöter, hab ihn. Ja. Ah, hier. Noch weiter, Bruder. Äh, Ibra, ich würde gar nicht so viel schreiben, Bruder. Scheiße, ich sag's doch mal. Misch dort links, äh, sind zwei, Bruder. Ja, der hat mich fliegt. Ich gebe dem einen Headshot sogar. Er kickt mich direkt, ich nicht. Aha. Ja, ja, ich hab den, ich hab den gesehen. Wollern. 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 Wollern, warum macht der nicht einen? Wo kommt der denn, Alter? Fuck, Alter. Alter. Millimeter an seinem Kopf vorbei, Alter. Ich hab ein Team ausgeschaltet. Hunderter, Alter. Mach der. Wollern. 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 Ich geb dem Kopf Schuss. Direkt in den Kopf. Scheiße, was du auch mal. Nee. Hörst du die Öffne zu machen? Nein, Bruder. In den Kopf. Halt. Ah. Fuck, Alter. Ah! Türkisch Kaffee, Bruder, Türkisch Kaffee. Ha, er hat auch noch richtig gemacht. Ich hab den, ich hab den, ich hab den. Ich hör, ich hör euch nicht, Alter, ist so laut. Bruder, wie geil ist das? Bruder, der muss seinen Führerschein abgeben, warum lassen wir den fahren? Jaja, ich will dich. Jo, die haben mich fast. Scheiße. Ich geh ins Gebäude, um mich zu verstecken, wo das halbe Gebäude fehlt, Alter. 3 4 4 5 6 7 Bis zum nächsten Mal.